Was ist die Filmbeschreibung? Und feiern Weihnachten nochmal extra, denn es ist ein sehr ungewöhnlicher Weihnachtsfilm, der uns heute erwartet. Theresa von Elz, die Regisseurin, ist auch hier, dafür schon mal ein Applaus, ist aus den USA ganz frisch zurückgekommen, noch mit Jetlag und heute hier, lässt sich das nicht entgehen. Danke dir. Genau, aber vorher, das ist uns auch natürlich wichtig, gibt es keine Werbung, sondern einen Vorfilm, der thematisch passend ist, ich habe es schon angedeutet, Weihnachten. Und zwar auch ein ungewöhnliches Weihnachtsfest, Der kleine Nazi heißt der Film. Sie anschauen, in welche Richtung es gehen könnte aus dem Jahr 2010. Preisgekrönt mit unter anderem dem Monau-Kurzfilmpreis. Er hat das Prädikat besonders wertvoll bekommen und hat auch in Wiesbaden das X-Ground-Festival gewonnen. Ja, es ist ein ganz, ganz interessanter Film, 13 Minuten, viel Spaß dabei und dann stelle ich Ihnen Theresa von Elz vor. Bis nachher. Das war ein etwas ungewöhnlicherer Weihnachtsfilm, wie Sie gesehen haben. Ich verspreche Ihnen, jetzt wird es ganz anders, aber ungewöhnlich bleibt es. Begrüßen Sie bitte mit mir die Regisseurin von Vier Könige, Theresa von Elz. Herzlich willkommen in Frankfurt. Schön, dass du da bist. Ja, es ist an. Du kommst jetzt gerade aus den USA und du warst jetzt mit dem Film auch nochmal in Miami, hast du mir gesagt. Und hast eine große Festival-Tour schon hinter dir mit großen Erfolgen. Erzähl mal, wie war das? Ich erzähle jetzt nur von Miami, weil sonst wird es zu lang, aber das war sehr schön und ich war überrascht, dass die Amerikaner den Film so sehr mochten. Ich dachte, das ist vielleicht zu dramatisch und zu traurig und zu tough vielleicht auch, aber nein, es war sehr, sehr schön. Und ich finde es toll, dass Sie alle da sind, weil es ist ja gar nicht Weihnachten und wir gucken hier Weihnachtsfilm an Ostern. Ich habe eben so Angst gehabt, dachte, oh Gott, hoffentlich sitzen da mindestens zwei Leute, das wäre toll. Also vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, das freut mich total. Dem schließe ich mich an. Genau, du hast auch einen richtig tollen Erfolg gehabt schon bei deiner Premiere, nämlich beim Filmfest in Rom. Da hast du auch noch gleich die ganze Sektion gewonnen, in der du gelaufen bist. Und das finde ich ganz besonders spannend, in so einer Zeit, wo wir immer darüber diskutieren, der deutsche Film funktioniert nicht im Ausland. Wie hast du das wahrgenommen? Wirst du auf sowas angesprochen? Weil da ist es ja echt schon richtig rumgekommen weltweit. Ja, also das ist natürlich schön, wenn man so lange an so einem Film gearbeitet hat, dass es dann doch irgendwie so ein internationales Interesse gibt. Und ich sehe es auch immer so im Vergleich. Also es gibt natürlich Filme, die gehen noch viel weiter und haben noch viel mehr Festivals. Und bei mir ist das alles im Rahmen, aber jedes Festival ist besonders und schön. Und in Rom war das ganz toll, weil in Rom gab es eine Jury, außer der normalen Jury, die aus Schulklassen bestand. Und die haben sich den Film gesammelt, angeschaut. Ich glaube, das waren insgesamt 30 Schulen, die ihre Vertreter da hingeschickt haben. Und die haben den Film als besten Film, als besten Jugendfilm ausgewählt. Und das war auch in Braunschweig und in Cottbus der Fall. Da gab es auch unter anderem Jugendjuries, die den Film auch als besten Jugendfilm gewertet haben. Das hat mich sehr gefreut. Also ich kann das schon mal bestätigen, das ist tatsächlich ein Film, der für alle funktionieren kann. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute hier bist und dass du uns einen Ensemble-Film mitgebracht hast, der wirklich ungewöhnlich ist. Denn du hast einige der wirklich besten deutschen Nachwuchsschauspieler vereint und hier aufeinander gehetzt, auch an Weihnachten. Magst du uns noch was mit auf den Weg geben, bevor wir den Film jetzt sehen? Nein, eigentlich nicht. Mag das immer nicht so gerne. Alles klar, dann reden wir nachher weiter und bleiben Sie einfach sitzen bis nach dem Film und jetzt erstmal viel Vergnügen. Dankeschön, Theresa von Elz. Schön, dass du da bist. Bitte begrüßen Sie die Regisseurin, Theresa von Elz. Dein Applaus. Und Rudolf Vorschich, der das Gespräch führen wird. Rudolf, gehst du darüber? Sollte das Mikro nicht bewegen, ne? Ich mach das sonst. Genau, das Mikrofon, da muss man immer Abstand halten, weil man hört uns auch so, glaube ich. Ja? Ansonsten schimpft uns die Vorführerin aus der Vorführerkabine oder mich zumindest morgen. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein ganz herzliches Willkommen und ein Dankeschön für diesen wirklich sehr, schönen Film. Fangen wir doch mal an, vielleicht so ganz vom Anfang. Ich habe in einem Interview mit dir im Netz gelesen, dass das Ganze ja auf einer, wie soll ich sagen, wirklichen Begebenheit passiert, dass Jugendliche in der Psychiatrie über Weihnachten abgestellt werden. Und so seid ihr drauf gekommen. Kannst du das vielleicht... Ja, also die Drehbuchautorin Esther Bernsdorf, die die Idee zu diesem Film hatte, die saß neben dem Psychiatrieleiter einer Jugendpsychiatrie und der erzählte ihr, dass es Eltern gibt, die an Weihnachten ihre schwierigen Kinder in der Krisenstation der Jugendpsychiatrie abgeben, damit sie selbst ein konfliktfreies Weihnachten feiern können. Und das hat sie irgendwie so beschäftigt und so schockiert, dass sie darüber schreiben wollte. Und dann hat Esther eine, ich glaube, es war die zweite Fassung, geschrieben und mir geschickt. Und dann bin ich eingestiegen und dann haben wir fünf Jahre das Buch nochmal zusammen entwickelt. Und daraus ist dann dieser Film entstanden. Und darf ich indiskret fragen, wieso es fünf Jahre gedauert hat? Es hat mit dem Finanzierungssystem in Deutschland zu tun und was nicht leicht ist. Also es ist leider mitunter gestaltet sich das sehr schwierig, bis so eine Finanzierung komplett ist. Und da gab es einige Holpersteine und insofern dauert das leider. Das hat den Vorteil, dass man immer weiter an dem Buch rumfallen kann. Das ist auch gut. Dabei ist dann ja wirklich auch ein ganz wunderbares Buch rausgekommen. Und es wurde ja auch für den Deutschen Drehbuchpreis nominiert. Und ich finde es dann auch schön, dass sowas gewürdigt wird. Weil man merkt es doch, dass gute Bücher rar sind. Und was ist von dir, was ist von Esther Bernsdorf oder lässt sich das nicht trennen? Wie habt ihr gearbeitet? Doch, das lässt sich trennen. Also sie ist ganz klar die Autorin. Sie hat geschrieben und sie ist die Urheberin der Geschichte. Also sie hatte die Idee. Und ich bin dazugekommen. Und das ist durchaus auch meine Stimme in dem Film. Aber das Buch hat sie geschrieben und wir haben entwickelt. Das kann man sehr klar trennen. Und ich finde das auch wichtig, weil Autoren auch in diesem Land nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Und ich finde es wichtig, dass sie gewürdigt werden und ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wobei Esther Bernsdorf ja schon auch eine Junge ist, aber auch schon ein paar Filme, die Buchautorin gemacht hat, die von Emily Arteff, das Fremde in mir, glaube ich. Was waren denn so die Stolpersteine in den fünf Jahren? Also insgesamt ist es natürlich so, dass man ein Buch entwickelt und dass man einen Fernsehsender in Deutschland braucht, um seinen ersten Film zu machen. Und man braucht eigentlich viele öffentliche Gelder, um so einen Film durchzusetzen. Und ich finde das Schwierigste ist, dass man nicht aufgibt, ehrlich gesagt. Dass man nicht irgendwann die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, ja, ist dann auch egal. Also irgendwie wird das eh nichts. Weil man hat zwischendurch die Momente, wo man denkt, es geht nicht weiter und der wird nicht gemacht, der Film. Und wir hatten so einen Moment, der ist ein Sender. Man muss als Redakteur den Stoff bei den anderen Redakteuren vorstellen. Und auch durchbringen, damit der Film realisiert wird. Das ist in Deutschland beim Debütfilm so. Und wir hatten einen Sender, der das nicht geschafft hat. Wir hatten aber den Film schon fertig. Und dann fällt so ein gesamtes Gerüst wieder total zusammen. Und das war irgendwie schrecklich. Also dann sitzt man da und dann hat man so einen Film, der eigentlich fertig ist. Und dann hat man ein Casting, das fertig ist. Und dann hat der Sender es rausgefallen und dann kann man den Film nicht machen. Dann muss man ganz schnell einen neuen Sender finden. Und das geht nicht. Weil die ganzen Sender natürlich auch bis 2017, so wurde mir das gesagt, ihre Budgets ausgeschöpft haben. Und das war die große Kunst. Also nach diesem Zusammenbruch dann den neuen Sender zu finden. Und einfach zu schauen, wie gehen wir jetzt weiter. Und das haben wir dann geschafft. Und dann wurde der Film gemacht. Aber es hat eben fünf Jahre gedauert. Also jetzt, dass ZDF das kleine Fernsehspiel war, oder? Genau. Wie war da die Zusammenarbeit? Die war sehr gut. Das war wirklich das. Wir hatten eine tolle Redakteurin, eine junge Redakteurin, die sehr unterstützend war. Was auch wichtig ist, weil es überhaupt nicht hilfreich ist, wenn da Leute sich permanent selbst verwirklichen wollen. Das ist anstrengend. Und die war sehr unterstützend und hat aber zum richtigen Zeitpunkt auch immer das Richtige und Wichtige gesagt. Und auch natürlich Kritik angebracht, die ja auch wichtig ist, weil es ja auch der erste Film ist. Und so ist man dann noch kein alter Hase. Na klar, ja. Was ist denn zum Beispiel, würde mich jetzt mal interessieren, Kritik? Also schreibt man dann was um oder heißt es dann, die und die Dialogpassage ist nicht gelungen? Oder sowas? Also die Kritik genau. Also es fängt an bei dem Buch, dass sich da Leute immer einmischen und gerne Sachen anders hätten. Und dann geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass man sich durchsetzt, dass man es aber so behalten möchte. Oder dass man Szenen wichtig findet, Textpassagen wichtig findet, dass man Sachen nicht einfach rausstreichen kann. Dass man Orte oder wir hatten die Diskussion zum Beispiel, dass Drehorte gestrichen wurden. Und mit den Drehorten, das hatten die Menschen nicht überlegt, fallen dann natürlich auch Szenen weg. Oder man muss halt den gesamten Film im Krankenhausflur spielen lassen. Das kann man auch machen, aber das fand ich nicht so gut. Und dann fangen halt überall alle möglichen Diskussionen an. Und es geht immer darum, dass man das durchsetzt, was man wichtig findet. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich eigentlich immer. Auch normal. Das ist, glaube ich, der normale Teil des Regieberufes leider. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, um jetzt mal vielleicht von der Entstehungsgeschichte ein bisschen wegzukommen, obwohl ich da noch ein paar Fragen durchaus habe. ist die Figuren. Also diese Figuren sind ja, man merkt das ja in gewisser Weise traumatisiert. Also sie haben ja schon etwas. Aber das wird eigentlich nicht ausgewalzt. Es wird auch nur so am Rande erklärt. Man merkt das aber schon den Leuten auch an. Als zum Beispiel Lava, das mit dem Kuchen und so. Das ist ja schon eine Überreaktion. War das von Anfang an ein Bestandteil des Konzepts, die Leute so zu zeigen? Oder kam das erst im Verlauf des Schnitts? Also die einzelnen Charaktere oder speziell die Szenen mit den Eltern? Nein, nein. Ich meine jetzt, dass man ihre Krankheiten, in Anführungsstrichen, nicht wirklich erklärt. Das war so eine Sache. Die Esther und ich wollten ganz bewusst keinen Film über Krankheiten machen. Also wir haben immer in unserer Entwicklung gesagt, wir machen einen Film über vier junge Menschen, die unverortet im Leben stehen und die ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein zurückbekommen müssen. Und ich fand das auch immer schwierig, dass man, wenn man jetzt so einen Film über Krankheiten und die Details von Krankheiten macht, dann distanziert man sich sehr schnell als Zuschauer. Und ich finde eben, dass es, ich finde ja auch gar nicht, dass es so klar ist, wer verrückt und wer nicht. Und deswegen ist das Krankenhauspersonal ja auch vielleicht absurd. Das findet man ja auch im echten Leben manchmal komisch. Das ist eben, es ist nicht so, was heißt das eigentlich? Und was heißt depressiv sein und wie sieht das aus? Viele Menschen stellen sich ja da sowas Besonderes vor. Und insofern haben wir ganz früh entschlossen, wir machen keinen Film über Krankheitsbilder, sondern wir machen einen Film über vier junge Leute, die weiterkommen und ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen. Apropos Krankenhauspersonal, habt ihr das eigentlich irgendwie recherchiert? Ist zum Beispiel dieses Wichteln, ist das irgendwie eine psychotherapeutische Maßnahme oder ein Drehbuchbeinfall? Wir fanden das irgendwie beide so blöd, Wichteln. Und dann habe ich gedacht, es ist ja immer so, wenn Lehrer oder Ärzte oder, keine Ahnung, Psychologen oder Psychologen irgendwas Lustiges sich einfallen lassen wollen, dann ist es meistens halt irgendwie blöd. Aber die Art und Weise, wie der Wolf das vorschlägt, ist ja sehr charmant. Der weiß ja auch, dass das ein bisschen doof ist. Und trotzdem fanden wir es in Kombination mit der Kamera und das, was man dann eventuell der Kamera erzählen kann, aber nicht sich direkt sagen kann. Es ist ein Unterschied, ob man an ein Gerät spricht oder auch wenn man es nur so hält, oder ob man direkt jemanden in die Augen schaut, was man da noch alles über den Charakter erfährt. Das fanden wir irgendwie spannend in Form des Wichtelns. Wie bist du eigentlich auf diese doch wirklich tollen Schauspielerinnen und Schauspieler gekommen? Ja, also ich habe die Alex, also die Paula Bär in dem Film Paul gesehen und fand, dass die so in ihrer Stille sehr überzeugt hat. Also ich fand, sie hat so wenig machen müssen. Das fand ich irgendwie gut. Und dann wollte ich unbedingt mit der mal was machen. Und dann kam dieses Filmprojekt und dann haben wir eigentlich die Alex für die Paula geschrieben, wussten aber gar nicht, ob die Paula diesen Film überhaupt machen will. Und dann habe ich die relativ früh gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, das findet sie gut und das möchte sie gerne machen und sie möchte gerne dabei sein. Und dann hat man so einen Zugpferd. Und wenn man einen Zugpferd hat, baut man halt das Ensemble um dieses Zugpferd. Und damit meine ich nicht, dass sie die wichtigste Person ist, aber sie war halt die Erste im Boot. Und dann habe ich über mehrere Monate macht man Castings und lädt lauter junge Schauspieler ein. Und das ist natürlich auch in so einem Prozess von fünf Jahren. Wir haben relativ früh angefangen, Casting zu machen, weil wir ja auch dachten, wir drehen schon relativ früh und dann fiel das ja alles wieder zusammen. Muss man natürlich in dem Alter, wo die Jungs dann in den Stimmbruch kommen und so, kann man dann nicht dieselben Schauspieler nehmen. Da muss man irgendwie dann doch nochmal umdenken. Und die entwickeln sich halt sehr schnell, körperlich auch. Und dann habe ich nochmal eine zweite Runde Casting gemacht. Und dann habe ich schon wahnsinnig viele junge Leute gesehen. Und dann kam, das ist dann einfach klar in so Castings. Also Jannis Niewühner zum Beispiel, der den Timo spielt, und der wurde mir ganz zum Schluss nochmal vorgeschlagen. Und ich hatte so ein bisschen Angst bei Jannis, dass er mir zu gesund, zu fröhlich, zu gut aussehend ist. Nie nach Bildern beurteilen und nie nach anderen Filmen beurteilen, weil er kam dann ins Kino, ins Casting und war einfach wirklich der allerbeste Timo, den ich bis dahin gesehen hatte. Und ich hatte sehr viele Jungs gesehen und er war sehr gut vorbereitet und er hatte eine unglaubliche Hingabe und Konzentration für die Rolle. Und ich wusste das dann sofort. Ich wusste einfach, dass der das dann ist. Und bei Jella war es so, Jella kamen zwei- oder dreimal ins Casting, weil ich mir nicht so sicher war, weil ich sehr viel so noch gesehen habe, was von einer anderen Rolle sehr präsent war. Und dann übt, dann guckt man einfach, geht es in der Zusammenarbeit? Also klappt es? Hört sie gut zu? Kann man sich zusammen was erarbeiten? Und ich fand sie dann auch wunderbar, weil sie so eine Leichtigkeit in den Film bringt. Und das war wichtig auch. Die Idee hatte ja übrigens, also jetzt eine kleine Abschweifung, in Saarbrücken gab es einen Film, der hieß Looping. Da kommt sie auch in so eine psychiatrische Anstalt und man nimmt sich da eben auch mit zwei Insassinnen irgendwie an. Und wie hast du die vorbereitet auf diese quasi Situation der Abgeschlossenheit? Und es könnte ja einen Kurs in Gruppendynamik oder sowas vorher gegeben haben. Habt ihr sehr viel geprobt oder nicht? Nein, also wir hatten einen Vorbereitungstag mit einem Coach, einem Schauspielcoach. Und wir haben an diesem einen Tag eine Familienaufstellung gemacht und haben jeden einzelnen Charakter, also jeden König in seiner Spielfamilie aufgestellt. Dann die Könige untereinander und die Könige in der Klinik und zu dem Dr. Wolf. Das haben wir den ganzen Tag gemacht. Und das war mir wichtig, weil ich wusste, das wird ein sehr streng getakteter Dreh. Man hat wenig Zeit. Ich wollte die irgendwie schützen, die Schauspieler, und wollte, dass sie gut vorbereitet in diese Drehzeit gehen können und wissen, wer sie sind und wissen, wohin sie wollen und woher sie kommen. Das war das Wichtigste. Ich bin nicht so ein Fan von langen Proben. Wir haben eben kurz drüber gesprochen. Weil ich immer finde, dass so eine Konzentration und so ein Zauber entsteht auch am Set. Und ich kann nicht so Szenen vorher proben irgendwie. Man kann die stellen und man kann gucken, geht das so ganz gut. Die Kamera ist wichtig, dass man natürlich die Kamera sehr genau vorher festlegt und weiß, wie man das dreht und auflöst. Aber an sich die Arbeit mit den Schauspielern, die mache ich dann in dem Moment. Und ich muss auch sagen, wir hatten vielleicht bei einem einzelnen Szenen maximal drei Durchläufer. Wir hatten gar nicht die Zeit. Also wir hätten gar nicht irgendwie sieben, acht Takes machen können. Das ging nicht. War das nicht auch schwierig für die, dass die sich dann auch vielleicht so als Gruppe irgendwie finden müssen, wenn die sich vorher nicht kannten und dann 23 Drehtage miteinander zu tun haben? Ja, also wir hatten so ganz toll, weil wir haben in so einer Schule gedreht, die ist eigentlich so ein Schullandthalm in der Nähe von Hamburg. Und also eigentlich in so einem Vorort. Und das Tolle an diesem Schullandthalm, also es ist eigentlich so ein Schullandthalm, wo Schüler, also jetzt noch Grundschulen und Gymnasien und was auch immer, was für Schulen, machen Ferien dort. Also verbringen dann eine Woche oder zwei. Und da waren eben ganz, war wie so ein Internat. Da waren so ganz viele andere Räume noch. Und ich habe die Schauspieler, ich habe denen dann so ein Zimmer gegeben, wo sie sich aufhalten konnten. Die Jungs zusammen, die Mädchen zusammen und der Wolf alleine. Aber alle so in unmittelbarer Nähe. Und das war irgendwie total gut, weil die haben sich dann, die mussten sich dann irgendwie draußen absetzen. Und haben sich irgendwie befreundet und dann mochten sich. Und es war ein ganz toller Dreh, weil die alle vier sehr gute Freunde geworden sind. Und auch mit dem Dr. Wolf, der sich auch beim Drehen immer sehr als Dr. Wolf entpuppte und sich gut um die vier gekümmert hat. War das irgendwie, war das sehr charmant und schön. Also ja. Daran vielleicht gleich so eine inhaltliche Frage. Dr. Wolf, er ist ja nun der quasi liberale, mehr oder weniger anti-autoritäre, Arzt, aber trotzdem gelingt es ihm ja nicht, Timo, wie soll ich sagen, zu bändigen, in Anführungsstrichen. Ist er dann gescheitert am Schluss? Oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, ihn weiterarbeiten zu lassen? Das finde ich interessant. Es gelingt ihm nicht, Timo zu... Er rastet ja dann aus und bricht Schwester Simone, glaube ich, dann die Nase. Ja, also für uns ist es natürlich so, oder für mich ist es so, dass der Dr. Wolf natürlich erfolgreich ist. Weil er den Jugendlichen, weil er es schafft, den vier Königen ihr Selbstvertrauen zurückzuschenken. Und auch wenn der Timo in die Geschlossene zurückgehen muss, ist er doch jemand, der anders rausgeht und weitergehen kann, als er gekommen ist. Und das ist wichtig. Ich finde ja dieses, dass er der Schwester Simone die Nase bricht und dass er ausrastet, in dem Moment ja auch seine Berechtigung hat. Denn er wird ja in der Tat beschuldigt für etwas, was er nicht gemacht hat. Und ihm wird auch von dem Dr. Wolf, und das ist vielleicht die Kritik an dem Dr. Wolf oder das, was der Dr. Wolf noch nicht so genau erkennt, er mutet dem Timo natürlich viel zu, indem er ihn in die offene Krisenstationen holt. Aber das System, ich finde, das ist doch kritikwürdig. Eher das System als die Jugendlichen und eher das Klinikpersonal vielleicht als der Dr. Wolf. Aber dazu auch sagend, weil wir haben den Film 200 Psychiatern und Psychologen in Berlin gezeigt, wovor ich total Angst hatte. Weil ich das als bricht, das alles zusammen furchtbar. Und ich auch immer dazu sagen muss, ich bin keine Psychiaterin, ich bin keine Ärztin, ich bin überhaupt nicht professionell. Ich habe meine Recherche gemacht und der Mann, der Drehbuchautorin ist Psychiater. Also da haben wir uns auch informiert. Aber ich bin Filmemacherin und ich bin Regisseurin und ich erzähle Geschichten. Insofern ist es an die Realität angelehnt, aber es ist kein Abbild der Realität. Weil ich habe ja auch eine Kinotour schon hinter mir, wo dann wahnsinnig viele Leute mir sehr psychologische Fragen stellen. Und ich total gerne darauf eingehe, aber natürlich nicht professionell antworten kann. Ich antworte als Filmemacherin. Das finde ich immer wichtig, dass man das sagt. Weil am Ende ist es ein Kinofilm, eine Geschichte. Genau. Und als Zuschauer dieser Geschichte hat man ja bei diesem Nasenbeinbruch, um mal einen Termin aus der 70er Jahre zu zitieren, dann durchaus empfindet man klammheimliche Freude. Was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, es gibt ja jetzt keine, ich meine die sind 16, 17, 18 oder sowas, denke ich mal, sollen die sein. Es gibt ja eigentlich keine jetzt so amorösen Verwicklungen, sondern die Entwicklung der Figuren ist irgendwie innerhalb des Geschlechts gewissermaßen. Also zum Beispiel die Beziehung zwischen Timo und Fetia, also wo der sich ja auch einkriegen muss, der Timo. Aber auch zwischen Alex und Lara, wo Alex ihr dann ja am Ende auch die Meinung sagt, das hat mir auch gut gefallen. Danke. Vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja auch immer in diesem Film ein ganz deutliches Drinnen und Draußen. Also diese gleißende Helle in der Psychiatrie und dann das Rausgehen, wo die sich finden. Mir ist auch, es gibt ja auch keinen Film mit einer Wackelkamera oder sowas. Also man hätte den ja auch viel mehr so, kommt schon vor, glaube ich, dass Handkamera verwendet wird, aber nicht so oft. Kannst du was sagen, so zum visuellen Konzept des Films? Ja, also der Christian Leschner, der die Kamera gemacht hat, mit dem habe ich das große Glück gehabt, dass wir zwei Wochen in der Location hatten. Das wollte ich auch gerne, weil ich wusste, wenn wir dann drehen und es sind so viele junge Schauspieler und es ist einfach viel, wenn es so viele Schauspieler, junge Schauspieler sind, die man ja auch immer noch betreuen und auffangen muss, war mir wichtig, dass der Kameramann und ich gut vorbereitet in den Dreh gehen. Also sind wir in die Location gegangen und hatten, also zum Drehort und haben eine ganz, ganz klare Auflösung gemacht. Und die haben wir fotografiert und haben, ja, wenn wir keine Doubles oder Doubles hatten, wenn wir dazu das Geld nicht hatten, musste ich mich immer in die Bilder reinstellen, was merkwürdig war. Und dann wurde ich immer in diese verschiedenen Positionen fotografiert und musste immer mehrere Figuren stellen. Das war aber ganz gut, weil dadurch habe ich die Perspektiven gesehen und habe aber geguckt, könnte das gehen oder nicht. Und das heißt nicht, dass man das beim Drehen nicht auch nochmal ändert, weil wenn ein Schauspieler damit nichts anfangen kann, kann man nicht irgendwie so manisch daran festhalten. Aber das war ein sehr gutes Grundgerüst und deswegen konnten wir relativ schnell drehen. Und wir wussten, also ich wollte immer gerne die Klinik im Wald haben. Das habe ich mit Esther besprochen während des Schreibens. Und ich habe immer gesagt, ich möchte ein Kammerspiel, also eine innerliche Welt und eine Klinikwelt haben. Und ich möchte den Wald als draußen und als die große, weite Welt, die irgendwie bedrohlich ist, aber doch auch eine Freiheit natürlich hat. Und der Wald, der auch was Weihnachtliches hat und dennoch auch was sehr Düsteres haben kann. Das fand ich irgendwie gut. Der hatte so viele Facetten. Und deswegen Wald und Klinik und das sehr beschränkt. Und ja, und das war relativ klar. Und dann habe ich mit Christian auch ausgemacht, ich will auf keinen Fall Wackelkamera, weil ich das auch immer so blöd finde, wenn was emotional wird, dass man dann immer sofort überall wackelt. Und ich habe gesagt, ich finde es viel herausfordernder, wenn man die Kamera an einen Ort stellt und die Schauspieler in ihrer Emotionalität innerlich wackeln. Das fand ich irgendwie ganz gut. Und die Kamera wackelt ja auch wirklich eigentlich nie, außer in dem einen Moment, wo der Christian sie auf die Schulter nimmt, nämlich wo der Timo ausrastet, weil es auch gar nicht anders ging logistisch. Und das finde ich aber auch gut. Das finde ich der Film irgendwie auch gut. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir das Publikum ranlassen. Du hast ja in England studiert. Der British Film and Television. Genau, der National Film and Television School. Hat die eigentlich was mit dem BFI zu tun? Nee, British Film Institute? Doch, also die kooperieren. Ja, kooperieren. Ja, genau. Vielleicht zwei Fragen. Unterscheidet sich der Lehrplan von vergleichbaren Filmhochschulen hier in Deutschland? Das weiß ich ja gar nicht, weil ich ja nicht an der Deutschen Filmhochschule studiert habe. Keine sonderlich intelligente Frage, aber vielleicht hat ja jemand dir das erzählt. Also, nee, ich kann nur sagen, ich bin total froh, dass ich da studiert habe, weil es wirklich schön war. Und weil es so war, dass man als Regisseurin, dass die ganz schnell gesehen haben, was ist die für ein Mensch, was will die erzählen, wie können wir sie am besten daran unterstützen? Und es war nicht so, nee, das kannst du wirklich gar nicht machen, also da passt du überhaupt nicht in unser System hinein. Bitte so kannst du nicht schneiden, wieso machst du das? Sondern es war sehr unterstützend. Aber es war natürlich auch streng. Ich hatte ja zwei streng alte Hasen als Lehrer, so alte Regisseure, den Stephen Frears und den Ken Loach. Und ich weiß nicht, ob man, ob sie die kennen, aber die sind sehr krasse, starke, männliche Regisseure in England. Und die haben überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Also die haben einen relativ krass und streng behandelt, was auch gut war. Und das war in der Schauspielführung und das war im Schnitt und das war, wenn man emotional wurde oder wenn man sich irgendwie Sorgen gemacht hat, die waren auf jeden Fall immer da und haben einem immer Ratschläge gegeben. Das war sehr gut und sehr schön und dafür bin ich dankbar. Und ich kann deswegen, ich kann nur sagen, dass es schwierig war, als ich dann zurückkam, weil sich, weil halt keiner die NFTS kennt und weil die damit irgendwie nichts anfangen konnten in Deutschland, dass da jetzt eine deutsche Regisseurin, wieso hat die in England studiert, die kommt jetzt zurück. Nee, das passt überhaupt nicht ins Finanzierungssystem. Erstmal unterstützen wir unsere Regisseure. Und das war das, was schwer war. Also das war, das hat Zeit gekostet. Und das finde ich so ein bisschen blöd. Ich finde, da könnten die ein bisschen offener werden. Das wäre meine zweite intelligentere Frage gewesen, gewissermaßen, weil viele, mit denen wir hier gesprochen haben, haben eben erzählt, dass egal, was man auf einer Filmhochschule lernt, auf einer Deutschen ein entscheidendes Kriterium ist, dass man dort Leute kennenlernt, mit denen man später arbeitet. Mit Produzenten, andere Regisseure, Kameramänner, was ja bei dir nicht der Fall war und dann eben auch zu den Schwierigkeiten, die du eben geschildert hast. Ja, nee, das ist auch so. Das muss man sich dann ganz neu nochmal aufbauen. Da wäre es sicher einfacher gewesen, direkt auf eine deutsche Filmhochschule zu gehen. Sicher nicht. Aber, ja. Beheust du das nachher direkt? Nee. Ich denke dann immer, nee, überhaupt nicht, weil ich auch so ganz tolle Menschen an meiner Filmhochschule kennengelernt habe, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte später. Und ich denke mir auch immer, es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber ich kann vielleicht dann mal in England arbeiten. Ich meine, ich habe meine ganzen England-Kontakte, das ist ja auch nicht so schlecht. Und es hat jetzt sicher lange gedauert, ich bin jetzt ja auch keine Debüchregisseurin, die 23 ist, aber es hat irgendwie alles seinen Sinn, denke ich immer. So, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würden wir uns darüber freuen. Geben Sie mir ein Zeichen. Ich komme zu Ihnen natürlich immer ganz auf der anderen Seite. Sekunde. Kann ich das nicht so stellen? Nee, wir zeichnen es auf, deswegen zeigt man es nicht. Ach so. Also. Ja, das wäre besser. Eine Szene kam mir in Erinnerung von einer Flug aus dem Kuckucksnest. War das mit Absicht, dass man so eine Assoziation bekommt? Ich habe noch eine zweite Frage. Aber jetzt die erste. Ja, da würde mich total interessieren, welche Szene, und dann gebe ich Ihnen eine Antwort dazu. Welche Szene kam Ihnen so vor, wie einer flog übers Kuckucksnest? Als Timo die, die äh... Bester Simone. Ja. Mhm. Nee. Beschlagen hat. Ja. Um ganz ehrlich zu sein. Man ist natürlich nicht davor gefeilt als Filmemacherin, dass man Sachen in der Filmgeschichte doppelt. Aber ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil Einer flog übers Kuckucksnest, das habe ich mir angeguckt. Und ich kenne den Film natürlich genau. Ich habe ihn mir aber wirklich lange auch nicht mehr angeguckt. Und wir haben nie an Einer flog übers Kuckucksnest gedacht. Insofern ist die Ähnlichkeit, auf die ich oft angesprochen werde, besonders in der Szene, überhaupt nicht gewollt. Also wenn es eine Ähnlichkeit gibt, vielen Dank fürs Kompliment, weil ich den Film gut fand. Aber es ist nicht gewollt gewesen. Und meine zweite Frage ist, oder was ich festgestellt habe, als Timo in das Krankenhaus, wo er diese Psychiatrie kam, war seine ganze Haltung immer sehr laut. Wo er gegangen ist, war laut. Die Türen hat er laut zugeschlagen. Ständig irgendwo waren die Türen laut von ihm. Und dann kam ein Punkt, eine Szene, als er sich mit dem Fedio, Fedio, bereit erklärt hat, du kannst hier bleiben. Er ist rausgegangen und hat die Tür leise geschlossen. War das mit Absicht? Ja, das ist toll, dass Sie das als allererste Person bemerken. Das ist der erste Moment, wo er mal leise die Tür zumacht. Und ich finde es schön, dass Sie das bemerkt haben. Sie sind die Erste. Ich gucke genau hin. Ja, das ist gut. Danke. Weitere Fragen oder auch Anmerkungen von Ihrer Seite? Ich gehe mal durch. Ich wollte bitte nach dem Titel fragen. Vier Könige, hat sich das während des Drehs ergeben, diese Szene mit den kleineren Kindern? Oder haben Sie das schon vorher gewusst, dass das vier Könige sein werden? Ja, also der Titel stand immer fest. Und dann gibt es ja auch oft so einen Arbeitstitel, den man nochmal verändert. Aber wir wollten immer diesen Titel behalten und haben ihn auch glücklicherweise behalten dürfen. Und die Könige, ich meine, das ist natürlich irgendwo auch christlich angelehnt, aber dann auch wiederum nicht ein wirklich, auch ein christlicher Film, würde ich sagen. Für mich ist es halt eine totale Weihnachtsgeschichte. Also wir hatten eben viele Diskussionen darüber, warum die Könige, warum ist es eine Weihnachtsgeschichte? Und ich habe immer gesagt, in der Kinotour, die ich gemacht habe, für mich ist Weihnachten eben nicht Baum und Geschenke und Wein trinken und fröhlich sein auch. Aber für mich ist Weihnachten vor allem dann, wenn Sachen passieren oder weitergehen oder man vielleicht auch in dieser Stille zu sich findet oder weiterkommt. Oder durchaus auch am Gebet, nicht? Es gibt es ja auch. Und für mich ist dieser Film eine ganz christliche Botschaft, weil die vier ein ganz pures Weihnachten erleben. Nämlich, dass sie Freundschaft und Verbundenheit erleben dürfen, dass sie Vertrauen zurückgewinnen und dass sie weiterkommen. Und das war für mich die Geschichte. Und die vier Könige insofern, darüber haben wir uns heute eben kurz unterhalten, die in dem Sinne nichts mitbringen. Aber was bringen sie denn eigentlich mit? Sie bringen sich selber mit. Und das ist viel. Und das ist ein Geschenk, finde ich. Hast du mit den vier Königen auch tatsächlich vier Schauspieler ausgewählt, von denen zumindest drei, trotz ihres jungen Alters ja eigentlich schon Stars sind, die auch schon Preise eingeheimst haben, große Rollen gespielt haben. European Shooting Star, Niewöner, Jeller Hase als Chantal, uns allen bekannt, Fakio Goethe. Das sind alles sehr, sehr, sind Leute, die, sagen wir mal, genau schon wissen, wo es lang gehen soll. Die, glaube ich, auch so ein gewisses Bild von sich haben, auch was für eine Rolle sie spielen wollen. War das eine bewusste Entscheidung, so starke Persönlichkeiten auch da zusammenzunehmen? Weil man hätte das ja auch noch mal ganz anders anlegen können, so nach dem Motto, wie passen die untereinander vielleicht genau zusammen? Und dann vielleicht auch ein bisschen abzuschwächen. Das gibt den Helden und dann sind die drei anderen vielleicht ein bisschen weniger intensiv oder so. Nee, also der Janis zum Beispiel, der wurde ja Shooting Star während unseres Drehs. Ja, das war schön. Und der hat ja auch wegen seiner, also wir mussten Szenen, die noch nicht fertig waren, mussten wir da hinschicken. Das ist irgendwie ganz schön, weil er, ich glaube, so eine Palette an Rollen dann hatte, die gut fehlen waren. Und ich suche nie Schauspieler nach ihrer Bekanntheit aus, das kann ich wirklich total selbstbewusst sagen. Das spielt keine Rolle. Es spielt natürlich in dem Moment eine Rolle, wo man, wenn man sowieso Schwierigkeiten hat mit seinem ersten Film, es ein bisschen leichter ist, wenn man ein bisschen bekannteres Cast hat. Und da kann man sagen, ist eigentlich Jelle Hase die einzige, die wirklich durch Vakiu Goethe irre bekannt ist. Und gleichzeitig kann ich sagen, dass sie sehr geliebt wird für ihre Rolle der Chantal. Und dass es wieder was völlig anderes ist, wenn sie auf einmal die Lara in Vier Könige spielt. Was man ja auch daran sieht, dass nicht irgendwie so und so viele Millionen ins Kino gehen, sondern eben dann leider nur, keine Ahnung, knapp über 40.000, aber immerhin. Ich habe das ausgewählt, weil ich es wirklich die beste Besetzung fand. Und ich finde auch Moritz, der den Fedia spielt, der noch nicht so viel gemacht hat, den finde ich ganz großartig. Und der hatte eine irre Energie. Und das ist auch eine Rolle, die ganz viel Energie braucht. Man muss eben nicht denken, das ist jetzt eine Rolle, die, weil sie so still ist, da hole ich mir jetzt jemanden, der ganz schüchtern und still ist. Nein, man braucht genau das Gegenteil, man braucht jemanden, der eine Energie hat, um das durchzustehen. Weil das ist total anstrengend. Dieses Ganze nach innen spielen und diese körperliche Verkrampftheit. Und Moritz ist in den Pausen immer so, musste der immer laufen gehen, weil der das gar nicht aushalten konnte sonst, weil der wie so ein Sack Flöhe ist eigentlich im echten Leben. Ja, aber die Besetzung, genau. Die Besetzung deswegen, weil ich sie einfach am besten fand und ich habe viele Jugendliche gesehen. Wie würdest du die Situation einschätzen, auch gerade in dem Alter? Ich habe so das Gefühl, wir haben wahnsinnig viele sehr talentierte Schauspieler, gerade auch in dem Alter. Ist das was, was du teilen würdest? Ja, ich finde, wir haben viele gute Leute. Ich finde, wir haben auch viele Leute, die gut aussehen. Jetzt will ich einen Abend. Nee, aber es ist interessant. Es ist interessant, wie viele nett aussehende, gut aussehende Schauspieler es gibt. Und dann sieht man aber nochmal, es interessiert mich nicht so sehr, wenn wahnsinnig hübsche Mädchen kommen, die alle vorsprechen wollen und auch was können. Was ja interessant ist, so wie auch im echten Leben ist, dass man etwas sieht und darunter noch was anderes vermutet. Oder noch was sieht, was in dem Moment nicht gezeigt wird. Also Ecken und Kanten sind immer gut. Und es ist auch gut, wenn man eine Tiefe spürt, die nicht jeder hat. Ja, danke. Ich komme rüber zur nächsten Frage. Also mir hat der Film extrem gut gefallen. Danke. Was mich interessiert, wie hast du das geschafft, quasi fünf Jahre daran zu arbeiten? Ohne zu verzweifeln, hast du noch ein anderes Projekt parallel gemacht? Oder vielleicht noch andere Filme? Und die zweite Frage, was ist dein nächstes Projekt, dein nächster Film? Also ich habe immer auch wieder, immer mal wieder, weil es ist ein, man darf sich das Leben meiner Regisseurin nicht glamourös vorstellen. Es ist nicht so. Das muss man einfach wissen. Es ist ein sehr bescheidenes Leben und es ist ein sehr fokussiertes Leben auf das, was man macht. Und als ich das irgendwann auch verstanden hatte und damit, das war mir auch eigentlich klar, zufrieden war, aber ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist, einen Film zu machen. Und zwar den Film durchzusetzen und ich dachte irgendwie so nach der Filmhochschule, jetzt geht's los und ich hatte relativ gute Kurzfilme gemacht und einer war auch nominiert für den Goldenen Bären auf der Berlinale und ich dachte so, jetzt nichts da. Es war wie so eine Stagnation, es ging überhaupt nichts weiter. Und dann muss man sich jeden Tag, jetzt bin ich extrem viel ins Kino immer gegangen, damit ich wusste, warum ich das mache. Weil immer, wenn ich ins Kino gehe, weiß ich, warum ich das mache. Das ist wirklich so. Das Einzige, was einen rettet, ist, dass man in tolle Filme geht und sich sagt, genau, deswegen mache ich das. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich natürlich auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Und dann muss man Beiträge fürs Fernsehen machen und muss Making-ofs drehen. Und so war ich auch in Frankfurt vor ein paar Jahren, weil ich das Making-of von Matthias Schweighöfers Film Modern Man gemacht habe. Und das war auch schön, weil so habe ich Frankfurt kennengelernt und Drehorte gesehen und so. Das ist auch schon eine Weile her. Und genau, dann habe ich für das Theatermagazin Foyer gearbeitet. Das gibt es nicht mehr, aber da habe ich Porträts über Regisseure, Schauspieler und Theaterschaffende gemacht, dann habe ich kleine Werbefilme gemacht, obwohl die Werbeindustrie auch schwierig ist, die lassen einen auch nicht rein. Also es ist schwer und man hat zwischendurch immer das Gefühl, ich arbeite an den vier Königen und ich arbeite auch an anderen Projekten und es geht irgendwie nicht weiter. Und da muss man einfach dranbleiben. So ist das. Das ist eben schwer. Das ist ein Beruf, der schwer ist. Und das ist auch für Schauspieler schwer und es ist für Regisseure schwer und es ist für alle, die in diesem Beruf arbeiten, schwer. Es ist für Leute, die dieses tolle Filmmuseum machen, schwer, das auf die Beine zu stellen und es ist toll, dass sie heute Abend alle hier sind, weil es schwer ist, Kinos zu füllen. Es ist ein schwieriger Beruf. Aber es ist ein sehr toller Beruf und es ist ein sehr erfüllender Beruf. Das möchte ich auch noch dazu sagen, dass ich total glücklich damit bin und dass ich überhaupt nichts anderes machen möchte. Man muss das wissen. Und noch zu der Frage, ich habe andere Projekte, natürlich, weil das ist ja auch so, man sitzt und hat verschiedene, ich zumindest, Bücher, wo ich Ideen reinschreibe und verschiedene Autoren, die ich spannend finde. Und jetzt habe ich auch nette Angebote zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich ein bisschen aussuchen kann, was ich vielleicht machen möchte oder nicht. Und so. Aber ich arbeite an einem Kinofilmprojekt selber wieder, was ich selber machen und schreiben möchte. Und dann habe ich verschiedene Fernsehsachen, die gerade anstehen. Und ja. Ich würde gerne noch daran anknüpfen, wenn du schon so biografisch ein bisschen erzählt hast, was ich auch gar nicht wusste, was du mir auch erst vorhin gesagt hast. Du warst bei das Leben der anderen dann sogar in größerer Form involviert. Am Set war ich der Video-Operator. Das war damals noch mit Mini-DV-Tapes. Heute ist das ja alles viel technischer, aber genau. Das habe ich am Set gemacht. Und das war total schön, weil dadurch kann man, ich konnte keine Regieassistentin sein, weil das kann ich einfach nicht. Man denkt ja immer, eine Regisseurin muss eine tolle Regieassistentin sein. Also das denkt meine Mutter immer. Und dann sage ich immer, nee, das ist ein vollkommen anderer Beruf. Das ist eigentlich, geht eher in eine Produktionsrichtung, weil die organisieren das gesamte Set. Das ist eine Sache, die mir gar nicht liegt, die ich nicht kann und das ist ein richtiger Beruf. Und ich wollte aber gerne sowas machen, wo man immer dem Regisseur über die Schulter guckt. Gab es den Video-Operator, habe ich gesagt, das ist super. Weil dann kann man hören und sehen und kriegt alles mit. Und das habe ich gemacht und das war extrem hilfreich. Und er ist ein extrem talentierter Regisseur, finde ich. Lange habe ich jetzt nichts mehr von ihm gesehen, aber den Film, den hat er extrem gut gemacht. Und die Vauspielarbeit vor allem. Zweitere Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten ist natürlich auch noch in dem Zusammenhang, wenn wir schon im Filmmuseum sind und du hast die Namen vorhin genannt, will ich da natürlich auch nochmal nachhaken. Stephen Frears und Ken Loach, das sind ja wirklich Größen. Also da verneigen wir uns ja, wenn wir das hören, dass du mit denen da zusammengearbeitet und von denen gelernt hast. Das ist so, was ist denn so, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du besonders von denen mitgenommen? Das, was ich vielleicht auch unterscheide, du hast ja jetzt durchaus auch einige in der Branche in Deutschland schon kennengelernt, mit denen gearbeitet. Wir hören immer wieder, der deutsche Film ist nicht international reüssierend. Das liegt daran, dass wir so auf uns fokussiert sind. Wie ist der Blick da so von außen, wenn die Reihe ja auch heißt, was tut sich im deutschen Film? Was macht einen Ken Loach anders? Ja, ich finde insgesamt, finde ich so schön, dass du so positiv darauf reagierst, weil ich finde, dass Deutschland, was ja Deutschland eigentlich ganz toll macht, so insgesamt politisch, finde ich könnte es künstlerisch noch mehr sein. Ich finde, man kann sich mehr öffnen und man könnte ein bisschen informierter sein, was so sonst in Europa oder wenn man, ich habe immer nur die Erfahrung gemacht, wenn ich gesagt habe, ich habe in England und an der NFTS studiert, was eine sehr angesehene Filmhochschule ist, dann wussten, konnten die Leute damit nichts anfangen. Und das heißt dann auch gleich immer, ja, dann lieber nicht. Und das ist so schade, weil es als weibliche Regisseurin eh auch noch ein bisschen schwieriger ist, würde ich behaupten. Und ich habe gelernt von diesen zwei Männern, also die haben mir einfach beigebracht, keine Angst zu haben. was ich gut fand und sie haben mir, und der englische Humor ist sehr gut und die waren einfach sehr ehrlich und sehr hilfreich und sehr auch toll mit Regisseuren zu arbeiten, die arbeiten. Weil das waren keine Regisseure, die, weil sie nicht arbeiten, unterrichten, sondern das sind zwei total arbeitende Regisseure, die sehr erfolgreich sind. Und insofern war es so toll, wenn sie am Set standen oder im Schnitt saßen, auch Stephen Fee ist bei mir im Schnitt auch eingeschlafen und hat wirklich, also geschnarcht, das denke ich mir nicht, außer geschnarcht. Ich habe gesagt, es geht einfach nicht, ja, ich schneide hier mal einen Film, sonst würde ich nicht einfach schnarchen. Und da hat er gesagt, ja, well, but your short film is too long. Ja, und das sind natürlich Sachen, das ist charmant und das ist natürlich auch gemein, aber man weiß genau, dass das stimmt. Ein Kurzfilm, der irgendwie 40 Minuten lang ist, ist einfach zu lang. Der muss halt irgendwie eine Viertelstunde lang sein, aber 20 Minuten. Und so. Und der hat mir viele Ängste genommen und hat am Set, ich war immer so am Anfang so ängstlich, dass es allen Leuten gut geht, weil ich immer möchte, dass es allen Leuten gut geht und das ist natürlich gepaart damit, dass man immer gemocht werden will. Und das geht nicht als Regisseur. Man wird nicht immer gemocht. Man wird von vielen Leuten gar nicht gemocht. Und darüber muss man sich auch keine Sorgen machen. Und das hat Stephen Frears mir auch gesagt. Er hat gesagt, du bist immer irgendwie so besorgt über alles, was so da hinten passiert. Er sagte, dein Fokus ist die Kamera und die Schauspieler. Das ist deine künstlerische Version. Und alles andere muss auch funktionieren und nett sein. Aber du musst dich nicht sorgen deswegen. Und das war ganz gut auch, weil das weiß man am Anfang alles nicht so richtig. Und ja, so, dafür bin ich total dankbar. Ich finde das irgendwie super. Ich fand das super, da zu studieren. Danke für diese Impression. Ja, da gibt es direkt zwei Anschlussfragen erst hier und dann da drüben. Du hast erzählt, dass du, um deine Motivation aufrechtzuerhalten, viel ins Kino gegangen bist. Ja. Aber was mich interessieren würde, wären deine drei Lieblingsfilme oder die Filme, wo du sagen würdest, die hätte ich gerne selber gemacht. Puh, das finde ich immer so eine schwierige Frage. Drei Lieblingsfilme. Es gibt immer so Filme, die mich so geprägt haben aus meiner Kindheit. Das ist, also ich war eben im Filmmuseum. Ich habe eine kleine Tour durchs Filmmuseum bekommen. Vielen Dank, lieber Urs. Das war sehr schön. Kann ich nur empfehlen, wenn Sie noch nicht drin waren. Und da gibt es eine Option, dass man Filme anschaut und eine andere Filmmusik, also dass man, wir haben uns Psycho, die Szene aus Psycho angeschaut. Und dann kann man anstatt der Psychomusik kann man eine andere Musik sich drunter legen, um zu schauen, wie der Film denn dann eigentlich funktioniert oder die Szene dann funktioniert. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass Psycho, weil wir durften früher keinen Fernseher bei uns zu Hause gucken. Meine Eltern hatten so einen Schrank, da haben die den Fernseher eingespart. Und mein Vater hat aber die größte Video-2000-Sammlung im Keller. Und wir haben natürlich, ich habe vier Geschwister und wir haben dann immer diesen Schlüssel gesucht, gefunden und lauter Filme geguckt. Also zurück zu den Lieblingsfilmen. Sehr geprägt hat mich in der Tat Psycho von Hitchcock. Sehr geprägt hat mich der Weiße Hai. Ich weiß, das sind so Filme, aber die haben mich total geprägt. Sehr geprägt hat mich von Nicolas Rock, Don't Look Now, also wenn die Gondeln Trauer tragen. Wir haben lauter so Filme geguckt. Dann Film nur, ich meine, der dritte Mann, ja, sagenhaft, Citizen Kane, sagenhaft. Es gibt so wahnsinnig viele Filme, die ich toll finde. Und ein Film, den ich selber gerne gemacht hätte, weil das war ja die Frage, ist von Casavetti's Woman Under Influence mit Gina Rowlands. Den finde ich enorm stark, also den finde ich ganz toll. Und dann kann man irgendwie auch gar nicht aufhören. Ich finde alle Fassbinder-Filme schwer erträglich und gleichzeitig genial. Ich finde Lars von Trier einen sehr talentierten Filmemacher, aber auch schwer zu ertragen. So, also das ist so ganz vielseitig. Das könnte jetzt, wir könnten uns jetzt zwei Stunden darüber zusammensetzen. Jetzt irgendwie viel. Wenn es ansonsten keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt, letzte Chance jetzt? Nein. Dann sagen wir an dieser Stelle, Rudolf, ganz herzlichen Dank, oder? Ja, wir können aber noch eins tun. Also normalerweise sagen wir ja, bei Was tut sich immer, wenn Ihnen der Film gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter. Der ist jetzt durch, sage ich jetzt mal. Man kann aber Folgendes noch tun. Er ist ja immer noch in der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis. Also unter den letzten 30, die da oder 35, die da in der Auswahl sind. Am Ende werden acht, glaube ich, acht übrig bleiben, die auch jetzt wahrscheinlich nicht du, sondern die Produzenten, glaube ich, 200.000 Euro für die Nominierung bekommen. Dafür können wir die Daumen drücken, wenn wir auch den Film im Kino nicht mehr weiterempfehlen können. Ja, vielen Dank. Das war toll. Ganz herzlichen Dank. Theresa von Els, toll, dass du hier warst mit all diesen tollen Impressionen und Eindrücken. Danke sehr. Ich bedanke mich für das Kommen. Ja, und ich möchte natürlich noch gerne kurz Werbung machen, bevor Sie gehen. Nächste Woche ist das Lichterfilmfest hier in Frankfurt, auch mit ganz vielen spannenden deutschen Filmen. Ein Atem von Christian Züber zum Beispiel, Leaf in Toronto, wird am Freitag hier zu sehen sein nächste Woche. Die Premiere von dem Fritz Lang Spielfilm, also Spielfilm über Fritz Lang, der wird nächste Woche auch hier sein. Das lohnt sich sehr, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und bei Was tut sich? Im deutschen Film geht es am 3. Mai weiter mit Max Zähles Schrotten. Und der hat mit seinem Vorgängerfilm den Studenten-Oscar gewonnen. Das lohnt sich auch sehr. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, frohe Ostern und bis bald. Tschüss. Danke. Danke.